Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faulty im Video. Ich habe ein neues Paket zugeschickt bekommen und da drinnen waren die neuen Beats Solo Buds. Neue In-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Beats. Die gehören ja seit einigen Jahren zu Apple, aber man wirbt auch hier mal wieder damit. Sowohl mit Apple als auch mit Android kompatibel. True Wireless Earbuds with Case heißt das dann. Spatial Audio gibt es auch noch, aber kein Noise Cancelling. Kosten sollen die Dinger 90 Euro oder Marketing sprechen 89,95. Gibt es dann jetzt ab jetzt in vier Farben. Ich habe das transparente Rot, gibt noch in Schwarz, gibt glaube ich noch so ein Grau und mal wieder so ein Flieder. Purple mäßiges, naja egal. Ich freue mich sehr über Rot. Und wir gucken einmal rein. Ach krass, ich hätte jetzt gedacht, das Ganze wäre jetzt das Case. Nö, holt man raus. Die sind jetzt aber deutlich kleiner als gedacht. Auf der Rückseite. Wir haben wieder verschiedene Aufsätze. M ist eingekreist, bedeutet sie sind bereits verbaut. XS, S und L. Und auch hier wieder der Hinweis, probiert die unterschiedlichen Aufsätze aus. Auch unterschiedliche Aufsätze für unterschiedliche Ohren. Bis die Dinger am besten sitzen. Denn gerade bei In-Ears halten sie besser. Und B isolieren die dann auch besser. Gerade bei Dingern ohne Noise Cancelling. So, gibt es noch Aufkleber? Wenigstens hier. Ja, auf Beats ist Verlass. Da hat Apple noch nicht gespart. Doch, ist ein Aufkleber, oder? Oder? Doch, doch, doch. Ein Beats-Aufkleber ist noch dabei. QR-Code, neuer Hinweis, pair mit Apple Music. Klar, versucht man da auch noch zu bewerben. Kleingedrucktes brauchen wir nicht wirklich. Ich verbinde die gleich mal. Sobald ich die dann aufklappe, sollten die zumindest auf dem iPhone dann angezeigt werden. Fast Pairing mit Android sollte, glaube ich, auch funktionieren. Aber ich meine, hey, Apple-Produkt, machen wir auch direkt das iPhone dann. Uh, ich will jetzt nicht sagen, das hat schon fast Spielzeuggröße, aber es ist deutlich kleiner als gedacht. Da, unten drunter steht es ja auch. Apple Inc., One Apple Parkway. Ziehen wir weg. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Das Transparente wieder schön zu sehen. Vor allem ist es nicht Fake-Transparent, sondern richtiges Transparente. Einmal in, ach krass, ihr hört es pingen. Na, hätte ich eigentlich direkt mal. Ja, 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 ping du mal. So, und wenn ich jetzt ein Smartphone daneben halte. Na, poppt auf. Na, verbinden, draufklicken. Ich teste die jetzt einmal ganz kurz aus und wir hören uns dann gleich. So, und einmal einfach mal ein bisschen querbeet durch alle verschiedenen Musiksachen, nur Musiksachen, reingehört. Guter Klang. Also, ich komme jetzt natürlich wieder mit meinem Standardargument, aber, ne, einfach jetzt mal zum Vergleich, das, was hatte ich vorhin oder heute Vormittag noch drin, natürlich die Broms. Apple AirPods Pro 2 oder 2 Pro, ich kann mir das bei den, von der Namensgebung nie merken. Klingen ähnlich. Also, da ist jetzt nichts, wo ich mir denke, oh, klar, die Dinger fühlen sich nochmal ein bisschen anders im Ohr an, ja, aber da ist jetzt so nicht, dass ich mir denke, hm, das habe ich doch heute eben, ne, vor ein paar Stunden noch irgendwie anders wahrgenommen. Vom Klang. Nö, also klanglich, ja. Nachteil, ich habe keine klanglichen Einstellmöglichkeiten, also, dass ich irgendwie noch einen Beats-Modus habe, Beats, Bass, was auch immer, Equalizer, irgendwas, nö. Die Dinger tauchen dann unter dem iPhone ganz normal in den Einstellungen da ja auf, hat Apple ja vor einiger Zeit geändert. Dann habe ich hier so ein paar Anbass-Möglichkeiten, die ich machen kann. Ich kann sagen, was passiert beim Drücken und Halten. Standardmäßig ist bei beiden einfach Siri aktiviert oder bei Android dann wahrscheinlich da der Sprachmanager. Ich kann es aber auch in die Lautstärkensteuerung ändern. Habe ich gemacht, dann passiert folgendes, ich halte rechts gedrückt, es wird schrittchenweise lauter, ich halte auf der linken Seite gedrückt, es wird schrittchenweise leiser funktioniert. Tastenanpassung kann ich nicht ändern, ist aber gefühlt Standard, aber mit Einschränkung. Einmal drücken, ne, für Pause Play oder einen Anruf annehmen, zweimal drücken dann nächstes Lied oder Anruf beenden und dreimal drücken für Lied zurück. Soweit alles Standardmäßig in Kombination mit der Lautstärkesteuerung kommt man ja damit klar. Was mir jetzt aber sehr fehlt, was sonst eigentlich so ein Standard unter den Apple-Dingern ja war, zweimal drücken und gedrückt halten, um durch ein Lied vorzuspulen. Dreimal drücken, gedrückt halten, um durch ein Lied zurückzuspulen. Klappt nicht. Ich habe auch keine Tragererkennung, ich habe auch keine IP-Rating. Da sind es so bei den Beats-Solo-Buds jetzt ein bisschen, ne, merkt man, das sind so die Einstiegsdinger. Ich habe auch ohne ANC. Gut, dafür muss man sagen, dafür kosten sie im Beats-Apple-Kosmos nur 90 Euro. Ja, sind aber wahrscheinlich eine Konkurrenz zu den normalen AirPods. Uh, da befällt mir noch ein. Genau, und das, womit sie dann werben, 18 Stunden Akkulaufzeit. Müssen wir alles erstmal testen. Ist ja auch, wie gesagt, nur ein erster Eindruck. Kleines, kleines Gehäuse. Das gebe ich denen. Vom Volumen, denke ich mal, kleiner als eine AirPods Pro 2 Verpackung. Vielleicht, ja, es ist ein bisschen länglicher, aber dafür ist es auch deutlich, deutlich niedriger oder deutlich flacher. Und vom Gewicht, warte, jetzt habe ich die die ganze Zeit nur ohne Case in der Hand gehabt. Hm, ich würde sagen, vielleicht auch leichter. Ja gut, ne? Ja, so, also, interessante Nummer. Ich nehme die jetzt die nächsten Woche, Minimumwoche, wenn nicht sogar zwei Wochen als täglichen Begleiter mit. Höre damit mal rein, berichte auch, wie gut da das, ich sage mal, die Isolierung ohne Noise Cancelling ist. Weil das ist ja der Vorteil von den In-Ears, dass es sich doch ein bisschen angenehmer noch anhört. Aber, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, bei anderen Herstellern, Samsung Buds Ver 2, da habe ich auch einen guten Ton. Und da kriege ich für unter 100 Euro sogar ein Noise Cancelling inzwischen. Aber hey, dafür habe ich kein rotes, transparentes Case. Aber das ist ja der erste Eindruck. Warten wir mal ab. Vielen Dank, was zu gucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.